und damit hallo und herzlich willkommen bei sonic frontiers und da oben habe ich ein ding sehen gleich jetzt wo ich gerade geladen habe ich habe jetzt mittlerweile auch gesagt bekommen es gibt hier oder jemand hat es geschrieben es gibt ja fünf welgen bin ich mal gespannt ich habe eigentlich gedacht das ist immer so dieselbe aber klar das wird dann auf dauer wird es wahrscheinlich langweilig was passiert das ist das falsche gewesen muss man scheinbar echt vielen leuten auf jeden fall ach so ja stimmt da kann ich ja nee das war es nicht es gibt so viele moves man oder war es viele ecke ich glaube viele ecke hätten es auf jeden fall hm 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 wie konnte ich die map eigentlich aufmachen? das war es ne? ne das ist stimmt für Punkte haben wir eigentlich 14 dafür brauchen wir 10 na das ist einer zick zack drücke L1 R1 Viereck zs 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 Share, Sherry, Sherry Lady. Was? Achso, ja, ich könnte mal Musik wieder lauter machen. Oh, ich habe für das, das habe ich gelöst. Warte mal, es geht alles in die Map. Da ist die Map. Ich bin hier. Das heißt, wenn wir da lang gehen, da ist was. Oh ja, da. Amy. Wie geht es dir, Amy? Ich meine, wie fühlt man sich als? Geist. Ich fühle mich gar nicht so anders, seit mein Kopf wieder frei ist. Ich schätze, ich fühle mich, hm, losgelöst? Bist du schon mal im Traum geflogen? Als wärst du leichter als Luft? So fühlt es sich für mich an. Ich wünschte nur, ich könnte landen und wieder ganz sein. Halte durch, Amy. Dir fällt schon was ein. Dir fällt gar nichts ein, du sammelst nur die Sachen. Zahnräder haben wir sechs Stück, können wir auch mal aufmachen. Okay. Es gibt echt viele von den Dingern, ey. Ups. Ich hab grad gesehen erstmal. Ah. Hä? Wow. Die Kamera brauchte mir nichts zeigen. Ich muss eine Mauszeige mal runter tun. Der taucht immer bei den Lade-Digger drauf. Oh ja, let's go. Oh ja, let's go. Die haben mich jetzt doch nur aufkallen, oder? Ah, die Musik ist halt geil, eigentlich. Ah, fuck daneben. Das geht nicht. Ah, fuck daneben. Okay. 1,15 und ich hab 1,11 sogar gebraucht. Alle Sternenringe. Erreicher Rang S, schließe Ding. Okay. Man kann eigentlich nicht verpassen in den Levels, ne? Ah, jetzt hab ich wieder Ding gedrückt. Er kommt noch drauf, darauf Share zu drücken. Oder Share einzustellen dafür. Niemand benutzt Share. Drei Mal Ruheschlüssel erhalten. Das Gute ist, dass man das abbrechen kann. Weil hier einfach viel zu viel von den Dingern drin sind. Oh ja, das ist ja... Oh shit, ich hab vergessen, dass das so eins ist. Fuck. Warum hat mich das jetzt von One Punch Man erinnert? Da gab's die eine... War's die zweite oder dritte Folge oder so? Fürs Heldenexamen? Wo er Side-Step... Ne, das war ein anderes Ding. Wo er so Side... Oder doch, das glaub ich war auch dann. Wo er so Side-Steps macht. Das ist eigentlich voll verschwendet, die Attacke für die. Ups! So war das. Hast du die aber? Wo ist das da oben? Ich will da hoch? Oh da ist der Ding. Was ich denn da irgendwie... Uh Wow. Oh, wirklich? Was ist das da? Was ist das? Oh? Hä? Hm, egal, gehen wir was mal an, lieber. Habe ich jetzt alle? Ja. Sind es die zwei Liebenden? Ja. Sonic, hier drüben! Diese arme Mutter sucht ihre Kinder. Kannst du sie zurückbringen? Aber klar! Aha! Such dir eins aus, ich hab glaube ich 100 Stück dabei oder so. Nein, die Bomben, nach drei Treffen Ende der Aufgabe, Turbos und Ausweichen sind nicht verfügbar. Hä? Nein! Wo sind die jetzt wieder hin? Da. Nein, 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 nicht wieder wegrollen. Wie halt sich der eine jetzt noch anstellt, ey? Warte, was? Es fehlt noch einer? Oh ne, ich hab da unten einen vergessen. Scheiße, Aufgabe erneut versuchen. Hallo? Ich will die Aufgabe erneut versuchen. Achso, System, Aufgabe erneut versuchen. Alter. Na ja, ist klar, los geht's. Kuckuck, klar, los. Ist der hier nicht mehr gewesen? Den haben wir bloß da vergessen. Ich will die Schafe hüten. Ich will die Schafe hüten. Kann ich nicht mehr. Ich fahre. Ich fahre. Okay, ich fahre. Nein, oder? Was? Okay. Okay, okay. Wir suchen weiter. Es verhält sich, als wäre das alles nicht passiert. Wissen wir überhaupt, was das war? Nein, aber ich spüre eine Art... Abschluss... Trost? Seltsam. Gehen wir weiter. Ich will hier schnellstmöglich weg. Ja, guter Plan. Also die haben dann sich... Es wurden wieder vereint und haben dann... Und haben dann einfach ihre Seelen abgegeben oder irgendetwas. Wenn sie meint. War irgendwie komisch. Was ist denn jetzt los? Wenn du die maximalen Ringe hast, dann kannst du doch nicht noch schneller rennen und stößt blaue Blitze aus. Das ist der Turm, wo ich schon war. Vermutlich schon, aber wir gehen trotzdem um. Boah! Alter! Okay, wir gehen... Oh Gott! Oh, das ist ja mal geil. Ach du Scheiße. Da komme ich jetzt gar nicht mehr klar mit mir ran. Hm. Oh Gott. Okay, machen wir die alle kaputten? Oder ist es viel gewesen? Verdammt. Wow. Das ist halt das größte Problem von Sonic. Egal wie schnell es geht, irgendwo kommt wieder eine Stelle wo du nicht aufpasst. So, wo willst du denn dahinten müssen? Fuck. Holy shit! Nächste Aim. Das sind wahrscheinlich in den Gebieten dann die Hauptstory-Dinger, ne? Du schon wieder? Füge dich. Dein leichtsinniges Handeln gefährdet die Welt. Hey, erklär mal, was an meine Freunde retten schlecht sein soll. Du bist ein unerwünschter Gegner. Ich werde keine Daten mit dir teilen. Das ist dein Problem. Sonic würde nie jemanden gefährden. Er will sogar diesem Koko helfen, seine große Liebe wiederzufinden. Liebe, ein viel zu vager und mannigfaltiger emotionaler Status. Euch beiden Ignoranten ist nicht zu helfen. Wer, ähm, was war das Mädchen? Aus einer Nervensäge? Keine Ahnung. Ich finde es doch nicht so geil, Alter. Aber er kommt halt cool rüber, ey. Genauso habe ich mir... So habe ich ihn dann auch noch... So habe ich ihn dann auch noch aus den Spielen, äh, aus den... Filmen, äh, oder aus der Serie und so in Erinnerung. Ah, warte, jetzt weiß ich, was da geht. Wow, ey, dass das ein verdammtes Katzenrad ist. Oder ein Hamsterrad. Gut, ein Igelrad hier. Goddammit. Dass wenn ich gewusst hätte, hätte ich das andere auch gleich aktivieren können. Kann ich eigentlich so ein großes Ding machen, dass die alle drauf gehen? Wie ist das funktioniert? Stark. Fast ein bisschen zu OP, oder? Was? Na? Äh, kann ich eine Szene vorspulen, oder so? Nee. Hä, ist da noch mal irgendwo einer? Da oben? Alter. Alter. Alter, würdest du mich jetzt verarschen? Jetzt halt. Also es ist ein bisschen schwer, weil er so schnell auch... Aus wie Häuser? Wer hat da wohl mal gewohnt? Oh. Bob de Bobmeister. Oh. Wow. Wow. Oh. Wow. Okay. boah fuck nein oh das ist doch schweinerei schlüssel du wurde entziedelung kann jetzt mit modul schlüssel öffnen okay ja können wir schon mal weiter oh ja das ist wieder so eins komm her du kleine oh das ist sogar richtig ich glaube ich weiß nicht kommen die immer wieder mal oft lass ich die glaube ich liegen und dann ist einer von diesen weißen und da drüben ist der andere datenfuzzi ist die eigentlich begrenzt die attacke wow wow wow... Gib mir mir meine herzen alde Du bist nicht bereit. Kehre wieder. Ja, aber was ist das? Ich war so irgendwie wie Grabstatter. Äh... Okay. Zeigt das immer wieder neue Dinge an, wo ich hin kann? Ich glaube schon. Ich will das Viechze legen, ey, das, was da rumfliegt. Ich sehe auch irgendwie nichts, was abnimmt. Ich glaube, ich kann das echt unendlich machen. Was... Wahrscheinlich je nach Gegner zu stark oder zu... Oder dann nicht so... Bei dem einen war es nämlich nicht so overpowered, ne? Weil bei dem musst du halt einfach nur pro Treffer zerstörst du ein Auge. Dann hast du mehrere Angriffe gleichzeitig oder schneller und dann ist das halt schneller kaputt. Hey Emirates, geh! Take my heart. Ist da aber im Laden finde ich ein bisschen lang. Ich finde etwas, das mich an diesen Ruinen stört. Wir sind doch nur gekommen, weil Tails bemerkt hat, dass es die Chaos Emeralds hierher zieht, richtig? Und jetzt sind hier digitale Schlüssel und spezielle Türme, die dafür gemacht scheinen die Emeralds zu verwahren. Als hätte man das Zeug extra für sie gebaut. Haben die Ahnen die Chaos Emeralds in der Vergangenheit benutzt? Andere Zivilisationen haben das gemacht. Ja, aber sie wollten sie nutzen. Hier dagegen scheint sich alles um Eindämmung zu drehen. Wussten sie mehr über die Macht der Emeralds als wir? Trotz all unserer Erfahrungen mit den Chaos Emeralds sind sie immer noch ein Mysterium. F**k, ich wollte da oben drauf. Ich weiß bloß, man blickt hier nicht mehr durch, was eigentlich abgeht. Oh, da war ich schon. Nein! Alter, ich geh zu dem Viechen. Na ja, ich mach das jetzt kalt. Vielleicht soll die Sau hier abpassen. Wo ist die Sau jetzt hin? Da hinten ist sie. Dann, ich mach die Sau in der Investoren. Wie ist die Sau in der Investoren? Geht. Sheet, ich soll die Caute kommen. Wie spürtig ist die Sau in der Skillspebraunie. Ich mache das nicht mehr über das gold. Fuck. Wo ist das Ding schon wieder hin? Kleiner Mist-Sack. Da ist er. Na, warte. Ich bräuchte mehr Ringe, damit ich schneller war. Kann ich auf den so einem schweifen? Oh. Eigentlich muss ich bloß in der Schlucht warten, bis er wieder kommt. Das ist wahrscheinlich auch das Schlauste, das hinterher zu rennen. Das ist aber relativ fies, ja, eigentlich. Ja gut, das ist natürlich alles noch das erste Gebiet an der Anfang. Ah, Naomi ist wieder freigeschalten worden. Nein, das hatte ich jetzt gar nicht vor. Da ist er. Fuck. Alter, das brauche ich nicht jedes Mal sehen, man. Oh, jetzt hat Squid. Oh ja, er greift mich an. Los, komm. Ja. Nein, du Sack Alter, wie er eine ewig lange Strecke Der hat mich doch geiler getroffen Aber ein cooler Bossfight, Alter Ah, ok, ich kann so ausweichen Aber altert, wie dauert es lang? Oder bin ich noch zu langsam? Scheiße, der ist viel zu weit vor dem Mann Das kommt mir näher Das Ding ist zu schnell oder ich zu langsam oder beides? Jetzt erwische dich, jetzt erwische dich Hier nochmal schießt der Hund Fuck Ich hätte ausweichen sollen Oh, was zur Hölle ist das? Ach Scheiße, ein Tower Ich denke, ey, der schaut cool aus Oh, fuck Oh, was zur Hölle ist das? Cool Was ist da unten drunter? Ähm, okay Das ist unfair Ach komm Nein, ich will da nicht hoch Jetzt habe ich keine Lust mehr Jetzt habe ich keine Lust mehr Jetzt habe ich keine Lust mehr Die Kontrolle manchmal wieder zu Die Kontrolle manchmal wieder zu Die Kontrolle Jetzt habe ich einen Jetzt haben wir What the hell? Fuck, da oben ist einer von den Chaos Emeralds. Natürlich hätte ich nicht mehr hochgehen müssen. Äh. Was ist hier los? Achso, ich soll durch die Dinger durch. Ich lande auf der Möwe. Ich dachte, ich soll da durch. Oder so. Schweinerei. Ähm, ich bedanke mich an der Stelle schon wieder bei euch fürs Zuschauen. Wobei ich jetzt sogar länger gespielt habe, als ich eigentlich vor hatte. Fuck, das Spiel macht zu viel Laune. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder in der nächsten Folge von Sonic Frontier. Macht's gut. Macht's gut und Servus. Musik 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 Musik